Ja, hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Wolfenstein The Old Blood in der internationalen Version hier auf meinem Kanal. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung, didel didel dumm, oder besser gesagt kommt BJ Blazkowicz. Ja, zur Erinnerung an alle, die vielleicht jetzt hier erst einschalten, das ist nicht blind, das ist nicht blind. Die Blind-Version ist die deutsche Version, die kommt immer mittwochs vorher, also da spiele ich dieselbe Kampagne in der deutschen Version. Ja, also ist das hier jetzt nicht blind, das ist die Folge 4 und ich hoffe, ich stelle mich besser an als in der deutschen Version jetzt, dann kommen wir vielleicht auch ein bisschen schneller durch. Ich werde auch wieder da beenden, wo wir in der deutschen aufgehört haben, dass man hier nicht, ja, dass dieses Gameplay einigermaßen gleich ist. Aber, ja, seht selbst, wie ich mich anstelle, es kann ja viel passieren. Auf geht's. Es liebt ein Kampfhund, muss ich jetzt mal lachen, ist echt gut. Ja, ja. Unser Eis wird aus dunkel und kalten Stahl geschmichtet. Echt jetzt, stand das jetzt echt da oben? Okay, weiter geht's. Ja, genau, in der letzten Folge hier, da haben wir hier gepennt. Stimmt, das war das 3D-Level, genau. Haha, das war so gut, das war so gut. Wolfenstein, 3D integriert in The Old Blood. So, haben wir uns jetzt overcharged, 40% Hilfe. Ja, ich werde mich jetzt nicht ewig aufhalten mit denen hier. Er jammert nur. Er singt vom Jäger, glaube ich. Eigentlich, ja, ich bin schon so ein Arsch irgendwo, ne. Ich hätte den ja jetzt eigentlich mal, ich hätte mal gucken können, ob der überlebt, wenn ich einfach weglaufe. Na ja. Da ist er, der Jäger. Schöne ab, Englisch, ma'am. Wir bringen ihn zur Festung. Ich habe dich gefunden. Jawohl. Du bist ein kaltes Mann, nicht wahr? Nichts worry. Wir haben ihn. Der Jäger spricht tatsächlich Englisch. Echt jetzt? Der hat den Wesley angelabert in Englisch. Das ist anders. Das ist tatsächlich anders. Ja, in der deutschen Version habe ich ja da angedroht, ihm mein Rohr in den Allerwertesten zu schieben. Also, das Akimbo-Rohr, ne. Das hier. Gibt da jetzt die Tür auf? Boah, ich hätte echt gedacht, die Tür geht auf. Naja. So, auf geht's. So, diesmal erschrecke ich nicht, mein Freund. Und du gibst mir dein Messer. Haha. Ja. So. Du Elite-Soldat. Du Elender. So, Helga von Schaps oder was das war hier? Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. In der deutschen Version habe ich es vorgelesen. Ihr könnt es euch gerne durchlesen. Meine Lesestärke ist phänomenal. Und deswegen fange ich in Englisch erst gar nicht an. Ich scroll mal runter für die, die es wissen wollen. Die können es anhalten. In der deutschen habe ich es vorgelesen. So, was haben wir denn hier noch? Da war doch noch so ein Ding. Das nächste Patienten-Interview. Note from Helga. Haltet euch an, wenn ihr es lesen wollt. Ich mache das jetzt nicht. Das hält nur auf. Auf geht's. Ihr wollt eh sehen, wie ich mich dumm anstelle. Jetzt habe ich gedacht, ich kann den Aschenbücher aufgeben. Das scheint nicht zu gehen. Oktoberfest. Ja, alles schön und gut. Das Ding war lockt. Jetzt muss ich wieder überlegen, wo ging es hier weiter? Ah, da oben. Ah, da ist noch ein Helm. Den nehmen wir uns natürlich mit. Aber alle Helme nehmen wir mit, dass wir hier Panzerungen haben wieder ordentlich. Der hat uns ja ein bisschen zerstochen jetzt, der Drecksack. Aber jetzt muss ich echt mal überlegen, wie konnte ich denn das Akimbo, konnte ich doch irgendwie schneller zerlegen. Das stelle ich mich wieder an hier. Alles klar, mit F war das. So, rein da. Oh, und Spinnennetze. Jawohl, ich liebe sie. Ja, und ihr seht auch, ich habe die Brightness ein bisschen, äh, ich habe, ja, meine Aufnahmequalität geändert. Ich hatte im OBS eingestellt, dass er das Farbsprechstrom, glaube ich, ähm, unbegrenzt macht. Und dadurch hat er mir alles zu dunkel gemacht. Jetzt ist es alles ein bisschen heller. Jetzt erkennt man wenigstens auch wieder ganzes Symbol überall. Ja, da kommen, mein dickes Hündchen. Du hässliches Teil. Da ging es nicht weiter. Ja, die Panzerungen nehmen wir uns noch mit, komm. Komm, bitte, ich muss schneller gehen, Freundchen. Wenn der scheiß Götter wieder kommt, kein Problem. Mit Anlauf. Das konnte ich doch so gut. Ja. So. Da draußen schlawinselt er rum, der hässliche Hund. Und egal, ob ich langsam oder, äh, leise oder laut mache. Der macht jetzt hier übelst das Theater gleich, wenn ich hier um die Kurve laufe. Hm, ganz genau. Oh, was hab ich mich da erschrocken? Ich wusste nicht, was ich machen soll. Weil, der beißt nämlich, der Kleine. Guckt. Der beißt, die Sau. Der beißt. Und ich dachte, ich muss hier unten durchlaufen. Ja, bin dann damals in der deutschen Version nach runter gehüpft. Und rüber gerannt, als der, als ich ihn abgelenkt habe. Nach links, glaube ich. Ja, da hat er mich dann zerfleischt. Also, wir brauchen nicht nach da laufen. Diese Richtung ist Blödsinn. Eigentlich müssen wir nur schnell da lang. Ich hab mich nämlich, wusste nämlich nicht, wo ich hin soll. Ja, komm doch, beiß doch, du Kleiderscheißer. Haha. Die Musik. Da kommt er nämlich auch jetzt. Ja, tatsächlich, wer verletzt mich? Zumindest hat es kurz, ja doch, ein bisschen. La, 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 la. Da bin ich. Das ist schon, ey, was die sich einfallen lassen haben, gell. Ein fettes Vieh. Hier scheint habe ich nicht anhüpfen zu können, weil das vom Spiel her nicht gewollt ist. Haha. Können wir mal schön angucken. Guckt euch an. Guckt ihn euch an. Das kommt bei künstlicher Intelligenz raus. Wenn sie zu viel Rechte kriegt. Hahaha. Hier bin ich. Komm, komm, hier, komm. Ja, jetzt machst du hier noch kaputt wahrscheinlich gleich, wa? Ich muss aber da hoch. Lag hier drüben noch irgendwas? Ja, das ist alles dein Problem, was du da hier machst. Uh, nee, das war mein Problem. Jetzt war ich zu weit draußen. Ich werde, sag mal, jetzt haut er doch hier vorne rum. Du spinnst ja wohl. Ja, dann hau ich halt ab. So. Mach, was du willst da unten. Elendes Teil. Das gibt's ja nicht. Ah, genau, gut. Commander. Die Commander ausscheiden. Und das lautlos. Das war das hier. Ist doch eine Zelle hier. Oh ja, da gibt's Gold. Gold. Wir brauchen alle Gold. Hahaha. Ja. Gold. Und Rüstung. Mit wieder auf. Ich bin richtig. Gibt's da oben noch irgendwas zu holen? Ich das irgendwo was übersehen habe hier. Jetzt und immer. Wir haben das Kommando. Ja. Das werde ich euch austreiben. Ihr elenden Nazi-Schergen. Das werdet ihr nicht behalten. So, jetzt oben rechts können wir sehen, wo die sind. Die Drecksäcke. Oh, der Jäger. Der fährt Boot. Der haut mit unserem Wessel leer ab. Der Drecksack. Aber wir müssen ja hier runter. Das ging ja gar nicht anders. Hatte ich eigentlich eine Pistole? Nur ein Messer? Nicht jetzt. Und ich hab den damals mit... Ich hab... Ah. Jetzt probier ich den mal mit dem Messer auszunocken. Ich muss ja hier runterspringen. Das ging ja nicht anders. Ja, jedes Mal hole ich da rum. Und das wäre nämlich der Durchgang gewesen von der anderen Seite, wo der Hund rumrennt. Hm. Ja, und hier war ich dann sehr hektisch. Ich hab jetzt schon wieder Schiss, weil hier geht's dann gleich richtig ab. Können wir eigentlich auch hier ins Wasser springen und dann von uns da drüben uns die Sachen holen? Oder schlägt da gleich einen Alarm? Wäre das eine Möglichkeit? Ah ne, wir kommen ja da gar nicht raus. Wir kommen wahrscheinlich wieder nur da raus, wo der dann ist. Das macht ja keinen Sinn. Ja, wir müssen den schon ausschalten. Das ist ja auch vom Spiel so gewollt. Jetzt müssen wir aufpassen. Der eine haut wieder ab hier. Schleichen wir uns mal an den Commander, den ersten. Ah, wir haben die Prision-Docs freigeschaltet. Konzept. Hat der jetzt hierher geguckt? Was sollte ich vielleicht machen, wenn der wegläuft? Ist vielleicht cleverer. Aber so hell bist du nicht. Guck mal, hallo, ich bin doch hier. Willst du nicht mit mir reden? Willst du nicht mal Alarm schlagen? Ja. Helle war er nicht. Also das... Da ist er schon wieder. Komm jetzt, lauf weg da. Dreh dich um in die andere Richtung bitte. Und lauf wieder zurück. Und dann drehen die ja eh am Rad. Dann kamen die nämlich alle mit einem Schlag. Ich bin mal gespannt, ob der das überhaupt trafst, als ich da seinen Kuban da weggemessert habe gerade. Oder ob der einfach nur dumm guckt und wieder zurückläuft. Dann könnte ich den nämlich vielleicht auch leise töten. Das könnte ich ja mal probieren. Das ist den einen zumindest hier. Das ist mich von hinten an den Rand schleich auch. Oh, scheiße, warum? Wo kommt der Alarm her? Oh, nein. Hab schon wieder voll verloren ist. Stirb, du scheißhund. Stirb, 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 stirb. Nein. Der hat tatsächlich... Also doch und überhaupt, verdammt. Der hat tatsächlich das gesehen, dass der Tode da lag. Verdammter Mist. Also das ist dann doch... So dumm sind sie dann doch nicht. Und wo schießt ihr denn hier noch? Oh, ich hab nur noch 18 Schuss. Ich kann gar nicht nachladen. Ich brauche ein bisschen Munition hier. Ein bisschen mehr, wenn es geht. Ich hab nicht viel Pfeil. Wie sieht's aus mit Lebensenergie? Ich brauche Helme. Wir brauchen Helme, Leute. Bewegt eure Herzen. Wie mach ich denn? Oh, mit dem letzten Schuss, ey. Ui, ui, ui. Jetzt fangen die gleich wieder an, Granaten zu werfen hier, die Penner. Oh, du bist ja gleich auf die Ecke. Scheiße. Damals, Mist. Sag mal, ist die englische Version einfach nur ein bisschen härter oder bin ich einfach nur zu... zu... unvorsichtig? Ich hab zwei Granaten. Und ich werde es... Oh, scheiße. Ich hab keine Munition mehr für die MP. Acht nur grüne Neune. Sag mal, was ist denn da? Und gleich wieder hier ins Kapuf. Scheiße. Was mach ich denn? Ich stell mich an grad. Das gibt's ja nicht. Irgendwie krieg ich hier viel weniger Mumpeln. Ja, wir haben ja noch einen so Penner, der hier ständig... lahmfreit. Ja, ich hab euch gesehen. Ich hab euch gesehen. Ich bin... Was mach ich für die Scheiße? Ja, da gelegen. Er hat sich hinge... Alter, ich bin verreckt. Was ist denn jetzt los? Ist mir ja noch nie passiert. Ach, du Scheiße. Verdammter Mist, wo fängt das jetzt an? Ernsthaft? Nein! Ey, so dumm hab ich mich doch damals nicht angestellt. Die große Schnauze. Kann ich hier runterspringen gleich direkt? Ah, das können wir auch machen. Aber noch nie, aber Kurve schon umgedreht jetzt. Wenn wir den gleich wegnehmen... ...dann sieht der andere das ja nicht. Dann gibt's nicht gleich Stress hier. Dann kann ich die vielleicht leise wegholen. Die Frage ist... Also ich hab... Sag mal, so dumm hab ich mich damals nicht angestellt. Also ich hab das Gefühl, die deutsche ist echt leichter. Oder ich bin bei der deutschen einfach schneller zu dem anderen Typen gerannt, der immer zu Alarm geschrien hat. Welche Richtung guckst du? Du guckst ja eigentlich nur in die da... Du drehst die doch nach links weg, oder? Macht's. Da oben kommt auch noch einer gelaufen. Das ist Mist. Und der oben sieht mich glaub ich nicht. Du hast mich nicht gesehen. Nein, du hast mich nicht gesehen. Nein. So, jetzt tun wir uns erstmal hier ein bisschen aufmumpeln. Bin ich schon hier das erste Mal voll draufgegangen. Ey, sag mal. Das ist echt... Also manchmal stell ich mich echt an, gell? Drum ist es ja trotzdem witzig. Also... Ist ja nicht so, dass ich... ...hier jetzt dann durchrushen. Total. Guck wie weit man kommt hier ohne Stress zu machen. Ja, bin ich wohin eigentlich hier reingerannt? Ah, die scheiß Karte. Die wollte ich doch noch holen. Da oben ist einer. So, da haben wir die Karte. Hm. Die Frage ist, wie kriege ich den da oben? Ohne... ...dass der andere Milchspitzgericht da noch ist. Es sind ja zwei. Mit Drecksecken. Der hat mich jetzt gesehen. Er guckt blöd. Uh. Scheiß. Er lässt wohl von mir ab, oder? Kommt der jetzt hier runter. Lauf woanders hin. Wie kann ich die denn jetzt ausschalten? Sodass die nämlich nicht unbedingt mitkriegen. Verdammter Mist. Das geht, glaube ich... ...mit der Pistole vielleicht? Schall gedämpft. Wegen wir uns vorwärts. Das ist ja mal eine ganz andere Art und Weise, wie ich das... ...wie ich das in der deutschen Version gemacht habe. Wir sneaken. Weil ich das ja so mag und das so kann. Aber ich bin eh so feiger Hund. Ja, probieren wir das mal so weit, wie wir kommen. Und dann irgendwann ist eh rum. Irgendwann werde ich mich verraten. Wann hat der seinen Helm verloren? Ich brauch den seinen Helm. Hey, Kollege, wo ist dein Helm? Ich bin aufgesammelt. Bloß nicht unvorsichtig werden. Also oben. Den hat er hier oben verloren. In 69 Meter Entfernung ist der andere Typ. Was hat er mir jetzt hier angezeigt, was ich nehmen könnte? Ah, die Pistole-Mission. Wo ist denn dieser scheiß Hund? Da ist der Hund! Ist der schon hin? Ja, wunderbar! Aha! Das lief ja richtig gut jetzt, bis jetzt. Bis jetzt läuft's gut. Hahaha! Also ich denke, wenn ich jetzt hier... Hier drüber... Was war jetzt hier rot? Das ist das Alarmschreiteil. Ich denke, wenn ich jetzt hier rüber laufe... ...wird mich irgendwas sehen. Weil ich so blöd bin und ich weiß, wo die stehen, alle. Der Hund... Wie sitzt denn der da? Was macht denn der? Auf jeden Fall Rüstung für mich. Liegt's echt komisch hier. Was denn? Alter, guck dir mal die Klauen an. Die hab ich mir noch gar nicht richtig angeguckt. Das ist auch so roboter-technisch verbessert. Diese armen Hunde, Junge. Die armen Viecher. Irgendwas? Kann ich diese Mauer durchschlagen? War das nicht so? War das nicht so? Aber kann man die... Kann ich die Mauer? Die haben doch irgendwas erzählt von irgendwelchen Mauern, die man... Naja, Hauptsache erst mal der Krach gemacht, ne? Das ist jetzt einfach nur Grafik. Wo war dieser zweite Typ? Der muss hier drüben irgendwo kommen. Ich glaub da oben. War der nicht da hinten? Da oben irgendwo? Hm. Ja, aber ich bin hier nicht allein. Also da... Das ist... Uh. Mit der Pistole hier durchsniegen ist... Schon herausfordernd. Weil ich glaube, das wird nicht lang dauern. Wird mich... Hm. Abschieds. Die Musik wird bescheuert. Hat mich wohl einer gesehen. Ja, fuck. Ich hab's gewusst. Nein, ich hab's gewusst. Aber ich bin weit gekommen, glaub ich. Gut, ich bin schon wieder hier in der Falle fast. Der ist noch nicht hin, oder? Wo ist der? Wo ist dieser scheiß Kommandant? Wo ist dieser scheiß Kommandant? Nein, lass mich. Verdammt. Oh. Mann. Ich werfe Granate. Erne, jetzt die Wunschung. Hat die Gerüstung her. Gold her. Jawohl. Hab ich dich gefunden? Ja, ja. Hat's mich gefunden? Ich wachse meine Position. Ich wachse meine Position. Ich wachse meine Granate. Ich wachse meine Wunschung. Die werfen gar nicht schlecht, die Pinner, ne? So, dann nehmen wir mal die Grab hier. Die hat Spaß gemacht, das letzte Mal. Ich hab mich. Das Ding hauen aber auch rein. Das ist ein bisschen weit weg, aber die sind komplett geplatzt, Mann. Mann, Mann, Mann. Alles einsammeln hier. Was geht? Aber ich glaub, wir haben sie jetzt alle, oder? Nochmal lass ich mich jetzt hier nicht wegmetzeln. Max Amo, Max Amo. Ja, ihr seid halt kopflos, ne? Das ist halt so, wenn man Ideologien folgt. Jetzt müsste man alles haben, oder? War ich hier noch nicht drinne, oder wie? Echt jetzt? Helm geht nicht. Ja, mach's trotzdem. Ich bin so ein Drops jedes Mal, echt. Und wohin hab ich das Ding wieder übersehen? Das hätt ich zerschießen können. Warum ist die Musik noch so? Hier muss noch irgendwo einer rumschlawinseln. Da kamen damals noch welche. Das weiß ich, wo ich ins Wasser gesprungen bin. Aber die sind ja alle weg. Ich glaub, hier ist nix mehr zu machen. Oh, ich will mal gucken, wie hoch das Ding zerfliegt. Ja, nicht viel mehr als bei dem anderen auch. Na, da ist nur Helme drin. Was ist hier drin? Munition. Da noch mal Lebensenergie, aber das reicht nicht. Aber ich glaub, wir haben alles hier. Also, das ging jetzt, das ging eindeutig besser mit der Sneak-Aktion am Anfang. War hier nicht doch irgendwo Gold, dass sich das verpendet. Ich glaub, da hinten. Aber das, ne, das hab ich ja mitgenommen vorhin. Jetzt probier's auch noch mal. Komm, wir sind eh zu dem Boot. Man schafft halt echt nicht. Hab ich ne deutsche Version auch versucht. Das wollte ich jetzt noch mal wissen. Wo ist jetzt der Ausgang hier? Komm, BJ, schwimm. Wie ein Held. Wie ein Olympiasieger. Ähm, hm. Komm mal von hier aufs Boot auch. Ah ja, das geht. Ist die falsche Seite, das ist vorne. Ich muss hier auch nix aktivieren. Ich muss einfach nur aufs Boot drauf, ne. Und hinterher fahren. Da mussten wir ja nicht den Hebel, das irgendwie öffnen. Ah, gezeichen E. Warum? Musste ich nicht das Tor öffnen da vorne? Ah, das macht das, das... Wir probieren's einfach mal. Komm, geht's. Auf geht's. Ja, und da wären wir nämlich schon bei einer Bootfahrt. Die ist lustig. Aha. Power to... Mensch, wir müssen tatsächlich das noch finden. Jetzt geht's los. Also, ich glaub, ich hab das damals nebenher so gefunden. Und aktiviert. So, Mist. Das weiß ich doch jetzt wieder nicht, wo dieser scheiß Schall da war. Kacke. Oh, Mann. Das ist wieder... Da hat er die große Fresse. Dass er hier durchkommt. Deutsch-Russian. Ich dachte, Deutsch-Russian werde ich nicht. Ja, und kriegt auch auf die Fresse. Verreckt sogar. Ist mir in der Deutschen echt nicht passiert, ne. In der Folge. Wo ist hier dieses... Dieser Strom? Habe ich das hier vorne irgendwo vergessen? Hier haben wir angefangen. Das war auf... Muss auf der Seite da drüben irgendwo sein. Ja, hier sind wir hergekommen. Das war der ganze Anfang. Ja, hier ist doch... Achtung, Gedöns und Strom und so. Vielleicht ist hier ein Schalter. Den nicht übersehen. Ne, das ist ein Holzbretter. Ich dachte, das wäre so ein Kippschalter mit so einer Bremse dran, die man drücken kann. Was ist denn das da hinten? Ah, jetzt. Aber, ähm... Was zum Geier soll mir das denn jetzt bringen? Hä? Also, das erschließt sich mir jetzt nicht. Aber da hätte ich es schön ausschalten können. Wahrscheinlich mit der Pistole. Zack, zack. Da hätte ich mir das mit den Messern für ihn sparen können. Okay. Ja, jetzt hör auf mit dieser wahnsinnigen Musik. Du machst mich echt wahnsinnig. Granate her. Haben wir wieder ein... Ne, drei haben wir. Aber wo ist denn dieser Kackschalter? Ich bin gerade echt überfragt. Mit Scheiße. Wo schalte ich denn den Strom für das Scheißbo da hin? Das kann ich nicht durchschießen oder durchbrechen, ne? Mit der Granate, oder? Nein, das ist nicht so gewollt. Also hier, da muss noch ein... Und da ist Gold. Wie komme ich denn da hin? Das Gold haben wir schon mal. Aber wie... Das muss ja hier hinten irgendwo sein. Wie zum Geier komme ich denn da rein? Das habe ich in der deutschen Version auch nicht gesehen. Hier. Jetzt. Ich trottel. Ja, da bin ich voll mit. Hätte ich richtig Stunk machen können von hier hinten. Ich trottel. Oh, nee. Aber das ist trotzdem nicht der Schalter. Wo ist dieser bekloppte Kackschalter? Verfixst, Junge. Das gibt's doch nicht. Ich habe ein explosives Rohr. Na, das kann ich ja aus der Hand gelegt. Und gleich wieder hierher mit der... Jetzt können wir aber die Helme einsammeln. Jetzt müssen wir unsere Energie wieder erhöhen. Aber ey, jetzt bin ich echt überfragt. Ich finde, ich finde den Schalter nicht dafür. Ich sehe ihn nicht. Schläuse. Schläuse. Ah, hier. Ich bin so ein Trottel. Habe ich den für ihn weggemacht und habe vergessen, die Schläuse aufzumachen. So, jetzt haben wir schon drauf. Auf geht's zum Boot. Hat der jetzt schon wieder Alarm ausgelöst? Wieso denn das? Tatsächlich? Ihr wollt's nicht anders. Dann kriegt ihr's auch dreckig. Ach, die Scheiße, mein Schatz. Unbegreiflich. Wie viel haben wir noch? Drei? Das ist nicht mehr viel. Nix, Granate, Freundchen. Du kannst davon liegen lassen. Oh, da hat er sich selbst gesprengt. Weil hier ist doch keiner mehr der Alarmruf. Wie kann denn das sein, dass hier jetzt wieder Alarm ausgelöst sind, die alle rumrennen wie die Irren. Und mich schon wieder angreifen. Irgendwo schießt's noch? Wie seid ihr denn? Lad' nach, PJ! Oh! Scheiben gleich ist da. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass du hier weg musst. Mit dem Boot. Dass die das nicht wollen, dass du hier übelst noch rummetzelst. Boah, die schießen halt auch echt gut, die Penner, ne? Händen einfach mal, Alter, Mann. Ich muss zum Boot. Alter, habt ihr's jetzt bald? Wo kommen denn die alle her? Ich glaube, die kommen jetzt andauernd hier. Mit deinem scheiß Helm. Meine Lebensenergie ist bei 40. Das ist echt Mist. Ist ja doch irgendwo Lebensenergie, verdammt. Hm. Ich glaube, es hat jetzt aufgehört mit Alarm. Boah, jetzt hab ich vorhin alles gefressen. Echt jetzt? Na, da müssen wir uns die Panzerung hochhauen. Ich bin so ein Held. Scheiße. Das wird die Brotsfahrt vielleicht doch nicht so lustig, wie ich jetzt bin. Da ist doch noch was, oder? Oh, Mist. Ich hab alles gefressen. Ich Idiot. Da haben wir doch noch mal was. 40 Heels. Gut so. Herr mit. Mit deinem Helm, du Penner. 35. Ihr gebt mir jetzt alle eure Helme. Gibst du mir jetzt deinen Helm? Das gibt's ja nicht. Herr mit. Der Helmsammler. Ich geh kaputt. Aber du hast mir wenigstens freiwillig schon hingelegt. So, Herr mit. Herr mit. So, Lebensenergie sind wir wieder gut. So, jetzt haben wir wie viel? 60, ähm, Panzerungen. Also, ich kann euch empfehlen, wenn ihr schießt auf die Helm. Gibst du mir deinen Helm? Wo hast du keinen? Das ist so ein Gummiding auf. Okay, das geht bei ihm nicht. Ihr müsst die Leute suchen mit den Stahlhelmen. Und wenn die sie noch aufhaben, dann schießt sie runter. Wo ist der jetzt hingeflogen? Oh, verdammt. Mann, ins Wasser wahrscheinlich. Also, Mist. So, wie viel haben wir? 70? Der hat gar keinen Kopf mehr gehabt. Das war so ein Geplatz da. Jetzt müssen wir es doch fast haben. Komm. 90? Ich glaube, jetzt gibt es hier kaum noch einen, den ich nicht schon abgegrast habe. Der noch einen Helm haben könnte. Ja, auf geht's. Jetzt ab aufs Boot. Achso, ich habe doch noch hier irgendwo die Granatwerfer-Munition gehabt. Die ich vorhin nicht mehr mitnehmen konnte. Das war doch... Wie lange sind wir denn hier? 38 Minuten? Ich bin immer noch ein bisschen schneller als in der anderen Version. Ja, das geht nicht. Wo war'n das vorhin? Dieses elende Loch, wo ich hoch konnte. Nee, das war nicht das Loch. Ich musste irgendwo krabbeln. In der Müll. Ist das nicht hier? Da. Ja, die lassen wir nicht liegen. Die nehmen wir mit. Dann habe ich sie nämlich in folgenden Levels. Vielleicht. Und kann sie nutzen. So, jetzt abarmen wir aufs Schiff. Raus hier. Mehr Helme finden wir nicht. Nein, du sollst das nicht runternehmen. Was machst du denn? Du sollst es an. Du sollst dich stressen, wenn sie kommen. Das ist so hell. Du siehst sie gar nichts hier. Es ist tatsächlich anders. Ich finde, es ist anders. Hier sind... Hier hat mir doch gerade noch einer in den Rücken geschossen, dachte ich. So, eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist brutal. Ach du Scheiße. Da gab es ja nur noch Blumenstaub hier. Den habe ich das letzte Mal vergessen. Ja, das habt ihr jetzt davon da oben. Neue, ein Bunkerfestungssystem. Ist das Ding jetzt eigentlich wieder vollgeladen, wenn ich das rausnehme? Das probieren wir jetzt gleich mal. So, angekommen in der Schleuse. Vielen Dank. Wir gehen von Bord. Ja. War hier noch irgendwas? Gab es hier nicht irgendwas... Irgendwas einzusammeln, wenigstens? Das sieht nicht so aus. Was warst du denn hier? Lebensenergie, Max, 18 Munition. So, wir haben jetzt die ganze Zeit mit dem Ding rumgerustet. Jetzt will ich mal eins wissen hier. Wenn ich das Ding rausnehme, ist das voller Energie... Hat wieder 250. So, jetzt haben wir noch 179. Ich lege das mal hier rein. Und nehme es wieder raus. Ja, das wird beladen. Das ist ja geil. Ja. Bin ich voll von? Gefällt mir? Alles klar. Also, weiter im Geschehen. Wir werden hier mal die Schleuse öffnen. Ja, meine kleine süße Ratte. Ich folge dir... ...in der nächsten Mission. In der nächsten Folge... ...Chapter 2 Docks. Hier geht es dann weiter in der nächsten Folge. Am nächsten Sonntag in der internationalen Version. Die deutsche wird dann wieder eine voraus sein. So ist es halt. Das wisst ihr ja. Aber wenn es euch trotzdem Spaß macht, hier zuzuschauen... ... und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo vielleicht, dass es dran bleibt hier. An der Folge. Oder an dem Gameplay. Ihr wisst ja, ich dattel, bis der Arzt kommt. Hier wird es immer wieder Gameplays geben. Immer so lange, bis der Arzt kommt irgendwann. In dem Sinne. Habt einen schönen Abend. Ich bin raus und wie immer auf dem Kanal. Tschö, müde.